Citadel und galaktische Regierung, der Citadel-Rat. Der Rat ist ein Exekutivkomitee aus Vertretern der Asari-Republiken, der Thurianischen Hierarchie und der Salarianischen Union, ebenfalls der Allianz. Gut, ist wieder wahrscheinlich aus dem zweiten Teil rausgeholt. Obwohl der Rat offiziell keine Autorität über die unabhängigen Regierungen anderer Spezies hat, sind seine Entscheidungen doch von großer Tragweite für die gesamte Galaxie. Ein einzelnes Mitglied des Rates kann die anderen beiden überstimmen und alle haben ein großes Interesse an Kompromissen und Kooperation. Jede Ratsspezies nimmt eine eigene und besondere Rolle in der galaktischen Regierungsarbeit ein. Die Asari gelten allgemein als Diplomaten und Schlichter. Die Salarianer beschäftigen sich mit dem Sammeln von Wissen und Informationen und die Thurianer stellen den Großteil der militärischen Streitkräfte und der Friedenstruppen. Alle Spezies mit einer Botschaft auf der Citadel gelten als assoziierte Mitglieder und sind an die Citadel-Konvention gebunden. Assoziierte Mitglieder können ihre Anliegen vor dem Rat vortragen, haben aber keinen Einfluss auf die Entscheidungen. Die Allianz der Menschen wurde 2165 als assoziiertes Mitglied der Citadel angenommen. Das steht zwar nicht genau so da, aber es passt schon. Ja gut, das ist aus dem zweiten Teil. Im dritten Teil sind wir ja schon Mitglied. Citadel-Sektor. Beziehungsweise sind schon im zweiten Teil Mitglied. Ja, Citadel-Sektor ist die nicht offizielle Bezeichnung für alle Weltraumsektoren unter der Kontrolle von Spezies, die die Autorität des Citadel-Rats anerkennen. Auf den ersten Blick scheint es, als würde sich dieses Gebiet über die gesamte Galaxie erstrecken. Aber in Wahrheit sind bis jetzt weniger als 1% der Sterne überhaupt erkundet worden. Gemessen an der Größe der Galaxie ermöglicht selbst der Masseneffekt-Überlichtgeschwindigkeitsantrieb keine besonders schnelle Fortbewegung. Unbevölkerte Raumsektoren und Systeme ohne Entladungsmöglichkeiten für den Schiffsantrieb stellen nach wie vor ein Hindernis bei der Raumerkundung dar. Nur über Massenportale können Raumschiffe Springe von mehreren hundert Lichtjahren machen. Sie sind der Schlüssel, um von einem Ende der Galaxie zum anderen zu reisen. Nach der Aktivierung eines neuen Portals kann das Zielsystem schnell erschlossen werden. Von dort aus erforscht man die umliegenden Sternenclusters mit Hilfe eines Überlichtgeschwindigkeitsantriebs. So kam es zu dicht besiedelten Clustern im ansonsten riesigen, leeren Weltraum, die durch das Massenportalnetzwerk verbunden sind. Weiter geht's mit dem Reaper-Krieg. Der Untergang der Erde Die Reaper eroberten die Erde innerhalb weniger Stunden. Die Allianz wusste zwar, dass die erste Welle aus dem batterianischen Sektor kommen würde, war aber nicht auf Tempo und Ausmaß des Angriffs vorbereitet. Die Reaper umgingen die sechste und die siebte Flotte auf Terra Nova und Eden Prime und flogen direkt von Portal zu Portal, wo man sie weder aufspüren noch abfangen konnte. Diese Taktik war überraschend, weil die Armeen organischer Spezies es nie riskieren würden, in Kampfreich weiter aus der ÖLG zu kommen oder Feinde hinter sich zu lassen, die ihnen den Nachschub abschneiden könnten. Bei der Arcturus-Station griffen über ein Dutzend Reaper-Großkampfschiffe die zweite, dritte und fünfte Flotte der Allianz an. Aber das war nur ein Vorgeschmack auf die Hautmacht. Dutzende weitere Großkampfschiffe kamen aus dem Charon-Portal, wo die erste Flotte sie zwar erwartete, aber schon kurz darauf vernichtet wurde. Die vierte Flotte in der Nähe der Erde hatte nach der Vorwarnung einige Minuten Zeit, was ihr aber nicht zahlf. Nach der Zerstörung der Combarken der Erde vernichteten kleinere Reaper-Zerstörer sämtliche GPS- und Kommunikationssatelliten im Orbit und kappten die unterseeischen Glasfaserkabel, die die Kontinente verbanden. Der Widerstand der Erde ist jetzt von veralteten Funktürmen und einigen wenigen Quantenverknüpfungskommunikatoren abhängig, deren Gegenparts sich auf anderen Erdteilen oder außerhalb des Säulesystems befinden. Die Kommunikation ist derart eingeschränkt, dass das Schicksal ganzer Länder unbekannt bleibt. Die Großkampfschiffe bombardierten Verteidigungsanlagen und Industriegebiete und löschten ganze Städte mit einstelligen Millionenbevölkerungen aus, wie Adelaide, Hamburg, Altschubail und Fort Worth. Zwischenzeitlich drangen Reaper-Zerstörer in die Atmosphäre ein, schmolzten Straßen und nahmen dicht besiedelte Gebiete nahezu ohne Opfer ein. Das heißt aber nicht, dass die Reaper Gnade zeigen würden. Wahrscheinlich treiben sie nur ihre Beute zusammen, um die kommende Ernte zu erleichtern. Der Untergang von Karshan Pro 1000 batterianischen Flüchtlingen gibt es 1000 und eine Geschichte darüber, wie die Reaper die batterianischen Systeme erobert haben. Aber einige Elemente davon tauchen in nahezu jeder Version auf. Die Reaper erschienen als erstes im Vular-System und zerstörten sofort ein Kommunikationsnetzwerk. Sein Kommunikationsnetzwerk. Das Ministerium für Informationskontrolle der Hegemonie führte den Verlust des Signals auf, Weltraumunwetter, zurück, schickte aber dennoch Schiffe in das System. Einen Tag später tauchten Reaper-Großkampfschiffe im Hazar-System auf und griffen die batterianische Heimatwelt Karshan an. Gemessen am Ruf des Militärs der Hegemonie war seine Reaktion auf die Reaper ziemlich unkoordiniert. Direkt nachdem der Informationsminister im Extranet verkündet hatte, dass unbekannte Schiffe den gesamten Raumverkehr über Karshan vernichteten, gab der Verteidigungsminister bekannt, es bestünde keinen Grund zur Panik. Als nächstes wurden die Kombarken des Planeten zerstört, was zu einer unheilvollen Stille führte, die seitdem nicht durchbrochen wurde. Aus Angst, die Nächsten zu sein, begannen zahlreiche batterianische Kolonien im Sektor der Hegemonie mit der Evakuierung. In den von Menschen kontrollierten Exodus-Clustern strömten so viele Flüchtlinge, dass die Allianz-Vertreter zunächst dachten, es handelte sich um eine Invasion der Batterianer. Immer mehr Systeme verloren ihre Kombarken und damit ihre Stimme. Und Millionen von Batterianern sind auf ihrem Planeten gefangen und können nur auf die Ankunft der Reaper warten. Das Wunder von Pellevin Der Gegenangriff der Torianer und Korganer auf Pellevin kombinierte Täuschung, Mut und Hartnäckigkeit. Als erstes ließen die Torianer einen falschen Schlachtpaaren durchsickern, der auf derselben Taktik beruhte, die sie zu Beginn des Angriffs auf Pellevin eingesetzt hatten. Dann täuschte das Schlachtschiff Indomitable ein Problem mit seinem Antriebskern vor und kamen in der Nähe von Mene einem Mond von Pellevin aus der Überlichtgeschwindigkeit. Drei andere Schlachtschiffe und ihre Begleitflotten unterstützten die Indomitable. Wegen dieser verlockenden Ziele zogen die Reaper Großkampfschürfe von Pellevin ab, wodurch torianische Truppentransporter in die Atmosphäre von Pellevin einfliegen und Shuttles, Gleiter und Kapseln mit einzelnen Soldaten absetzen konnten. Die Reaper erkannten den Ernst der Bedrohung zunächst nicht. Wer die Landungsfahrzeuge sah, schickte Husks und Kollektorenschwärme los, um sie abzufangen, aber nicht mehr. Dadurch konnten koganische Spezialinheiten Verbindungen mit dem Widerstand auf Pellevin aufnehmen und ihre Ladung weitergeben, Warbomben und Nuklearwaffen. Nicht lange danach explodierten gleichzeitig rund um den Planeten Schiffe der Reaper. Es war dem torianischen Widerstand gelungen, die Bomben an Bord zu schmuggeln, nachdem die Reaper-Fahrer Arbeitungsschiffe, Truppentransporter und sogar Zerstörer und Großkampfschiffe geöffnet hatten, um torianische Anführer aufzunehmen und zu indoktrinieren. Große Gebiete fielen wieder unter die Kontrolle von Torianern und Kruganern. Die Nachricht vom Sieg kam dem torianischen Widerstand und der galaktischen Öffentlichkeit längst benötigten Aufwind. Aber die Aktion forderte auch beträchtliche Opfer. Torianische Aufständische gaben ihr Leben, um die Detonation der Sprengsätze zu gewährleisten. Und die Verarbeitungszentren waren voller Zivilisten, die dabei ebenso sicher starben wie andernfalls durch die Ernte. General Minning Resvirix sagte über die Toten, Was immer sie in ihrem Leben waren, im Tod standen sie über allen anderen. Sie sind würdig, an die Seite des Geistes von Peleven selbst zu treten. Der Cerberus-Putsch Ratsherr Odinas Putschversuch wird zweifellos noch einige Generationen lang analysiert werden, aber langsam bildet sich doch ein klares Bild. Odina hatte Cerberus kontaktiert, um eine als gewaltfrei geplante Übernahme der Citadel zu koordinieren, bei der er die anderen Ratsmitglieder zwingen wollte, ihm die Befehlsgewalt im Ausnahmezustand zu übertragen, damit er das Kommando über die Citadel-Flotte übernehmen konnte. Dann hätte er die Flotte angewiesen, seine Heimatwelt, die Erde, zu befreien. Der Plan geriet schon früh in Gefahr, weil Exekutor Pallon und der salarianische Ratsherr Wind davon bekamen. Um die Aktion zu retten, schickte der Unbekannte seine besten Attentäter unter Führung von Kyle Lang los, um die beiden zu töten. Odina hatte keine Wahl und musste die Attentäter mit einer bewaffneten Streitmacht unterstützen, die ausreichte, um die Citadel zu halten. Festgenommene Mitverschwöre haben ausgesagt, dass das Bündnis von Odina und Lang ziemlich instabil war. Odina hatte vermutlich vor, sich gegen Cerberus zu stellen, sobald er die Gefäßgewalt über die Flotte gehabt hätte, und Lang setzte sich ab, als er davon ausgehen konnte, dass Odina sein Ziel nicht erreichen würde. Hartnäckigen Gerüchten zufolge war Odina möglicherweise ein hochrangiges Opfer der Reaper-Indoktrination. Sein Handeln spielte den Plänen der Reaper genau in die Hände. Selbst bei einem Scheitern des Butches wäre die Citadel-Regierung geschwächt gewesen, und andernfalls hätte sein Plan, die Erde zurückzuerobern, wahrscheinlich zu einer militärischen Niederlage geführt, die die Ratsgruppen kaum verkraftet hätten. Es gibt für diese Indoktrination allerdings weder handfeste Beweise, noch hatten die Reaper dazu eine offensichtliche Gelegenheit. Es ist daher wahrscheinlicher, dass Odina aus Verzweiflung gehandelt und die Menschheit infolgedessen ihren Ratsherrn verloren hat. Der Untergang von Tessia Der Angriff auf Tessia verlief nicht so reibungslos wie die Militärschläge der Reaper gegen andere Völker. Während diese sich den Reapern direkt entgegenstellten, führten die Asari-Kommando-Aktionen durch, um den Feind zu entnerven. Durch diese Guerilla-Taktik, ein Reaper-Schiff sprengen und dann in die ÖLG springen, wo sie nicht verfolgt werden konnten, zwangen die Asari die Reaper dazu, in der Defensive zu bleiben. Unglücklicherweise konnten sich die Reaper aufgrund ihrer größeren Truppenstärke ein gewisses Maß an Verlusten leisten, nur so, dass sie schon bald die Angriffe gegen sie einfach ignorierten und damit begannen, Tessia aus dem Orbe zu bombardieren. Das wiederum zwang die Asari dazu, ihre Heimatwelt traditioneller zu verteidigen und sich den Reapern direkt zu stellen. Sobald die Reaper auf Tessia gelandet waren, begannen sie mit der Ernte. Es folgte ein kurzes und blutiges Massaker an den Asari-Bodentruppen. Der Widerstand durch ausgebildete Biotikerin verlangsamte die Angreifer kaum. Am Ende führte die geringe militärische Präsenz auf Tessia in Verbindung mit den mangelnden Vorbereitungen auf einen überlegenen Feind zum Untergang des Planeten. Die Schlacht um Peleven Als Tietrus fiel, wussten die Torianer nur über die Reaper, dass diese sie offensichtlich in Rage bringen wollten. Doch die Torianer blieben ruhig und zogen ihre Streitkräfte bei ihrer Heimatwelt Peleven zusammen. Fleet Admiral Eryx Coronati stationierte beim sogenannten 15-Minuten-Plan nur zwei Transporter, die Undaunted und die Resolute, am Portal des Systems. Als die Reaper-Flotte auftauchte, setzten die Transporter zahllose, unbemannte Jäger- und Spionagedrohnen aus. Diese wurden zwar rasch vernichtet, konnten aber wichtige Daten über die effektive Reichweite der Reaper, die Zusammensetzung ihrer Flotte und ihre genaue Position übermitteln. Mit diesen Informationen machten sich die anderen Schiffe der Torianer daran, das System zu verteidigen. In dem Wissen, dass die Waffen der Reaper keine größere effektive Reichweite hatten als seine eigenen, wagte Coronati einen kleinen ÖLG-Sprung und landete mit seinen Schlachtschiffen mitten in der Reaper-Flotte. Dann drehte er sie, um ihre Hauptgeschütze auf die Reaper auszurichten, wohl wissend, dass auch diese sich drehen mussten, um feuern zu können. Diese Taktik nutzte die Größe der Reaper zu deren Nachteil aus. Die Torianischen Schlachtschiffe drehten sich schneller, erfassten ihre Ziele zuerst und schossen mit ihrer vereinten Feuerkraft mehrere Reaper-Großkampfschiffe ab. Die Reaper konterten sofort. Ihre Zerstörer sprangen in den Himmel über Palavin und begannen mit Orbitalangriffen auf thorianische Städte. Die Torianer waren gezwungen, den Planeten zu verteidigen und waren plötzlich in eine Schlacht weit ab vom Portal verwickelt, aus dem eine endlose Menge von Reaper-Schiffen zu kommen schien. Nach massiven Verlusten befall Coronati den Rückzug. Die Torianer beharren darauf, dass Palavin nicht verloren ist. Die Schlacht habe sich lediglich auf den Boden verlegt. Truppentransporter der Reaper haben Horden von Husk abgesetzt, um die Bewohner von Palavin einzufangen, aber mit geringem Erfolg. Die Reaper-Großkampfschiffe zerstören eine Stadt nach der anderen. Doch der Großteil der Torianischen Flotte ist immer noch einsatzfähig und die Bürger sind schwer bewaffnet. Torianer lassen sich nicht einschüchtern. Die Schlacht um Rannok Der Plan der Quarianer, ihre Heimatwelt zurückerobern, war riskant und hätte leicht zu ihrer Auslöschung führen können, wenn nicht eine friedliche Lösung gefunden worden wäre. Bei der ersten Schlacht gegen Geth-Schiffe mit Reaper-Upgrades mussten die Quarianer feststellen, dass ihre schwere Flotte und ein Teil der Patrouillenflotte zu schwach waren. Um eine Niederlage zu vermeiden, zogen sie sich mit ÖLG zurück und vereinigten sich auf der anderen Seite von Tikkun, der Sonne von Rannok, mit der Zivilflotte. Vorübergehend, versteckt, aber mit nur wenigen Minuten Vorwarnzeit bei einer Entdeckung durch ein Geth-Sperr, planten die Quarianer Gegenangriffe, um die Verbindung der Geth zu den Reapern zu stören. Sie stürzten sich zunächst auf ein beschädigtes Geth-Schlachtschiff und schickten dann Einsatzteams auf die Oberfläche von Rannok, um den Reaper zu zerstören. Der verbesserte Software an die Geth-Streitkräfte übermittelte. Als die Verbindung zu den Reapern unterbrochen war, ließen Reaktionszeit und die Intelligenz der Geth kurzzeitig nach und die Quarianer wollten ihren Vorteil ausnutzen. Doch ein Befehl von Commander Shepard und Admiral Shalaran Vastornbay beendete die Feindseligkeiten, bevor die Fähigkeiten der Geth wiederhergestellt waren. Man muss den Quarianern zugutehalten, dass alle drei Flotten den Befehl befolgten, das Feuer einzustellen, selbst die Zivilflotte, die kaum Kampferfahrung hatte. Die Geth wiederum hegten keinerlei Geräule gegen feindliche Kombatanten und stellten den Kampf diszipliniert ein. Es bleibt abzuwarten, ob Geth und Quarianer auf Rannok fliedlich zusammenleben können. Zunächst einmal haben sie ihre beträchtlichen militärischen Kräfte dazu abgestellt, die Reaper zurückzuschlagen. Angesichts der langen Feindschaft zwischen Geth und Quarianern ist es durchaus möglich, dass die Reaper die Möglichkeit dieses Bündnisses nicht erwogen haben und auf eine Begegnung mit beiden Armadas nicht vorbereitet sind.